Okay, wir haben vier Wellen mindestens und ich muss da so schnell wie möglich durchkommen. Ich darf am Anfang nicht so viel Leben verlieren, weil im Nachhinein werden es mir doch viele Leben abgezogen. Ah, das war schon blöd. Jetzt darf ich kein Leben verlieren mehr. Ich muss das erste Ding mal kriegen. Ich habe gerade ein Ding wieder abgezogen bekommen, oder? Ja. Scheiße. Okay, zwei. Oh man. Ich finde die erste Welle am beschissensten. Drei. Vier. Fünf. Brrrr. Brrrr. Ach komm. Ein Saft. einmal das zweite ding ich bin mir nicht 2 bei hier Fünf... Ich hab noch zwei Melonenstücke oder so, ne? Eins... Zwei... Oh man... Ja toll... Also ich wenigstens nicht zwei... Zwei Dinger bekomme oder so, oder eins wenigstens pro Runde wieder. Oder wenigstens wenn ich nur eine Million Hunde noch hab aufgefüllt. Das Schlimme ist, dass das Ding so schnell, da fährst du auch vorbei. Wenn du vielleicht gerade angekratzt hast, das zählt nicht. Und er schießt auch genau vor dir in dem Moment. Da hab ich schon wieder ein Leben verloren bekommen. Ach nun... Ich hab jetzt drei Leben schon wieder weg, nur für Unnütz. Zwei... Drei... Oh man... Geh doch weg! Ey... Hallo? Ja, danke. Ich hab jetzt gleich schon ein ganzes volles Leben nur in dem ersten Ding verloren. Weil's mich trollen will. Kann ja nicht wahr sein. Ey, jetzt schießt er genau vor meinem Gesicht, oder was? Ja... Hallo? Die Buggy wird... Ey... Oh mein Gott... Seid ich jetzt so verstanden, dass ich ein Leben... Ich fahr doch noch rein. Dass ich ein Leben wegbekomme, ne? Ich hab jetzt noch ein Leben pro Runde. Oh mein Gott... Ach komm... Okay... Ich hab jetzt noch zwei Leben... Beziehungsens ist er eins, und dann sterbe ich. Eins... Ohhhh... Bleib doch nicht da stehen... Ach man... Ist doch nicht wahr... Ey, dann nein... Am Anfang diese zwei Leben zu verlieren ist schon... Kacke... Nur weil ich ihn den... Da... Weil er mir dies anzeigt... Und ich dann da stehen bleibe... Dann rauscht genau so ein Ding bei mir rein. Ahh... Weil ich weiß ja nicht, warum man das anzeigen muss... Tausendmal... Okay... Mit null Leben überstanden... Wow... Jetzt verliere ich gleich wieder alle... Weil ich irgendwo gegen fahre... Weil ich an diesen Dingern hängen bleibe... Ja... Schon fast denken können... Ich hab's schon fast denken können... Ich hab's schon fast denken können... Sags ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm ey, ich möchte es doch bitte jetzt schaffen Das ist wirklich so einer der dümmsten Gegner gerade hier Ich will auch gerade nicht so viel sprechen, wenn ich mich so hart konzentriere Wo ist denn das letzte Teil? Ich mache nur einen Flug Eins 2 2 2 4 5, habe ich es jetzt endlich geschafft? Nein Noch eine Welle Die Dinger werden immer kleiner, ne? Die Dinger werden immer kleiner Und, äh, alter Schwede 1 2 3 4 5 7 5 Ey, bitte Oh, endlich Warum hatte der fünfmal Den Mist Der dritte Schlüssel Endlich Donkey Kong Boah Den letzten Schlüssel So Save Exit Level Ja, ich bin sicher Ich bin sogar sehr sicher, dass sie Ah Ich hab nichts gesehen Ich seh nichts Ich seh nichts Ich seh nichts Weg hier Weg erstmal hier Ja Oh mein Gott Wir bringen jetzt noch den Schlüssel weg Und dann mach ich erstmal eine endgültige Pause Weil das war ein Heavy Level Es ist noch nicht ganz vollendet, aber erstmal schon mal gut geschafft Da müssen wir hin Ja, das passt doch gut Komm hier Nächsten Schlüssel für dich Nummer 4 Vier Stück fehlen noch Warte, seh ich Oh, das kriegen wir jetzt geöffnet Ah 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 Irgendwas passiert doch Ah, was ist denn da? Da kommt noch eine Kanone Ah, siehste Hätt sich was vermuten lassen Irgendwo Was kommt denn da für ein Level Oh mein Gott Warte mal, wir haben doch Das, genau Chatzi die Frage Vorne ist doch irgendwo so ein komisches Fass Da ist das Fass Das ist Warum können wir das immer noch nicht Na gut Können wir immer noch nicht nehmen Aber ich würde sagen Ich save das Game hier Mehrmals Und ich würde sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Und auch noch zum Schluss diesen scheiß Endgegner Besicht zu haben zusammen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal isch